Im Rostocker Matrikelportal werden ca. 200.000 Personenzeugnisse der Matrikel der Universität Rostock zugänglich gemacht. Kern des Bordhals sind Datenbanken der Immatrikulationen für die Zeiträume 1419 bis 1831, 1831 bis 1933, 1933 bis 1945, 1945 bis 1992 und 1992, heute sowie der Einträge in die Dekanatsbücher der Fakultäten 1419 bis 1831. Darüber hinaus werden digitale Bilder der originalen Matrikeln mit teils eigenhändigen Einschreibungen der Studenten präsentiert. Nutzerkommentare ermöglichen eine Ergänzung der oft sehr knappen Angaben. Die Herkunftsorte der Studenten werden auf einer interaktiven Karte angezeigt. Links führen zu den im Semester der Einschreibung tätigen Professoren und den angebotenen Vorlesungen. Über die GND-Nummer werden einzelne bekannte Studenten identifiziert und mit weiteren Informationsangeboten im Internet verknüpft.